Hallo, mein Name ist Dr. Bernhard Krebs und ich bin hier in Schaufling, Chefarzt der Abteilung für Kardiologie und Angiologie. Wir betreuen Patienten nach großen kardiovaskulären Ereignissen wie beispielsweise einem Herzinfarkt oder nach Herzoperationen. Über verschiedene Ansätze wie eine medizinische Trainingstherapie und die Optimierung der Medikation können wir die Prognose für unsere Patienten verbessern. Das Schöne in unserer Klinik ist, dass wir ein großes und engagiertes Team haben. Neben der ärztlichen Expertise gibt es zahlreiche Therapeuten, die Zeit haben, um individuell auf die Bedürfnisse der Patienten einzugehen.